Hallo bei Learning Level Up. Unser Thema ist die Zelle als Ort der Vererbung. Eine Zelle ist die kleinste lebens- und vermehrungsfähige Einheit aller Organismen. So ist jeder Organismus aus vielen Zellen aufgebaut. Neue Zellen entstehen durch Zellteilung oder Verschmelzung aus ihresgleichen. Alle Organismen bestehen aus Zellen, die sich im Aufbau und ihren Grundfunktionen ähneln. Unterschieden werden zwei Gruppen von Lebewesen aufgrund ihrer unterschiedlichen Struktur ihrer Zellen. Prokaryoten bestehen aus einfach gebauten Zellen ohne Zellkern. Eukaryoten hingegen bestehen aus Zellen, die einen Zellkern besitzen und verschiedenartig strukturierte Räume innerhalb der Zelle. Jede Zelle ist von einer Zellmembran umschlossen, durch die ein Austausch von Substanzen mit der Umgebung möglich wird. Mithilfe von Enzymen sind Zellen in der Lage, Stoffe auf- und abzubauen und Energie für ihre Lebensvorgänge umzuwandeln. Sowohl die Fortpflanzung als auch die Vererbung sind an die Zelle gebunden. Unter dem Begriff Fortpflanzung wird die Fähigkeit der Lebewesen verstanden, Nachkommen zu erzeugen. Sie erfolgt durch Zellteilung auf ungeschlechtlichem oder geschlechtlichem Weg. Wodurch die Weitergabe von genetischen Informationen, die man als Vererbung bezeichnet, von der Mutterzelle an die Tochterzelle erfolgt. Alle teilungsfähigen Zellen besitzen DNA, in der die Erbinformationen gespeichert sind. In prokaryotischen Zellen befindet sich die DNA frei im Zytoplasma. In eukaryotischen Zellen befindet sich die DNA im Zellkern. Bei der ungeschlechtlichen Fortpflanzung entwickeln sich vom elterlichen Organismus abgelöste Teile unmittelbar zu einem neuen Organismus und die Tochterindividuen besitzen alle die gleiche genetische Information. Bei der geschlechtlichen Fortpflanzung verschmelzen vor der Entwicklung eines Organismus die Geschlechtzellen miteinander. Durch die Verschmelzung zweier Geschlechtzellen entsteht eine befruchtete Eizelle, die Zygote. Es kommt so zur Kombination des Erbguts zweier genetisch unterschiedlicher Individuen. Die befruchtete Eizelle enthält die genetischen Informationen für die Ausbildung aller Merkmale. Die Nachkommen erhalten so die Informationen von ihren Eltern zur Ausbildung von Merkmalen vererbt. Aus der Zygote entwickeln sich dann neue, arttypische Lebewesen. Nur durch die Fortpflanzung ist so die Erhaltung von Artmerkmalen und individuellen Merkmalen eines Organismus möglich. Das Wichtigste, kurz und knapp zusammengefasst. Eine Zelle ist die kleinste lebens- und vermehrungsfähige Einheit aller Organismen. Sowohl die Fortpflanzung als auch die Vererbung sind an die Zelle gebunden. Nur durch die Fortpflanzung ist die Erhaltung von Artmerkmalen und individuellen Merkmalen eines Organismus möglich. Wenn ihr weitere Informationen benötigt, auch zu anderen Themen, dann schaut doch in unsere Biologie-Playlist. Unsere Lernvideos könnt ihr übersichtlich abrufen unter folgendem Link. Also bis gleich bei Learning Level Up!